Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, Dir diese alternative Heimmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde Dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und Dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass Du dabei bist und wünsche Dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ich wünsche allen Zuschauern und Zuhörern einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute live mit dem vierten Interview mit den Dozenten und der Schulleitung von der Clemens von Böninghausen Akademie für Homöopathik und da freue ich mich sehr heute. Die Schulleiterin dabei zu haben, die Christine Mangold. Hallo Christine, schönen Abend, schön bist Du dabei. Hallo Marvin, ich freue mich auch. Genau, das ist das vierte von insgesamt fünf Interviews, die wir geplant haben. Beim nächsten Mal sehen wir dann nochmal alle drei zusammen. Heute hat Christine ein intensives Thema mitgebracht und eins, was glaube ich alle, die mit der Homöopathie auch zu tun haben, im Therapeutischen sehr gut kennen, nämlich das Thema Kinder und die Themen rund um Kinder. explizit werden wir uns um besondere Kinder kümmern und das sind vor allen Dingen ADS-Kinder, aber auch Autismus. Aber das wird Christine nachher dann noch genauer sagen. Vielleicht fangen wir aber zuerst mal bei eurer tollen Akademie an. Das ist ja der Hauptanlass, dass wir uns hier sehen und würde gerne nochmal mit Dir darüber sprechen, wie das aktuell so ist für Dich, Schulleiterin von einer so großen und auch alten Schule zu sein. Genau, lass uns doch da anfangen, dann werden wir ein bisschen warm. Also die Clemens von Bönninghausen Akademie hat letztes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich selber habe da mein dreijähriges Studium absolviert und für mich war das was ganz Besonderes, dort studieren zu können, weil der Geist dieser Akademie einfach ganz wundervoll war, weil die Menschen sich ausgetauscht haben, weil ich, ich glaube, das habe ich auch schon mal in dem ersten Podcast gesagt, das war für mich, als wenn ich auf Menschen treffen würde, die meine Sprache sprechen und die voller Begeisterung den ganzen Tag, den ganzen Abend, weil viele ja auch über Nacht geblieben sind, nur über Homöopathie gesprochen haben und die nie Mühe wurden, sich auszutauschen, neue Erfahrungen auszutauschen. Wir haben ganz tolle Dozenten gehabt. Mein Lehrer war der Dr. Mettler, Maria Schuller und ich habe, nachdem ich mein Studium dort absolviert habe, das Glück gehabt, dass ich weiter mitarbeiten konnte, erst in der Vorbereitung der Fachfortbildungen und habe dann 2009 angefangen zu unterrichten und das ist einfach nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil man auch selber sehr viel lernt, weil einfach Fragen gestellt werden von den Studenten, die man sich vielleicht selber so nicht stellen würde und natürlich auch, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Arzneimittelvorlesung hat, das würde ja auch so gehen, lernt, dass du die Arznei nochmal auf ganz andere Art und Weise kennen und das ganz große Plus an einer Ausbildung an der Chemies- und Böllinghausen-Akademie ist eben das Alleinstellungsmordmal, die asmatische Ausbildung und man bekommt einfach einen anderen Blick für die Leute. Also auch einer meiner beiden Kollegen hat ja auch schon gesagt, man sieht plötzlich, wenn man durch die Stadt geht, was für miasmatische Belastungen andere Menschen so in sich tragen und es ist einfach nochmal eine viel tiefgreifendere Behandlungsart möglich, weil man auch die Wirktiefe der Arzneien anders und besser einzuschätzen weiß und der Name Clemens von Böllinghausen, das bedeutet nicht, dass wir die Böllinghausen-Methode lernen, die wird auch angerissen, aber nicht so explizit tiefgehend gelernt, sondern Clemens von Böllinghausen war Samuel Hagenmanns bester Freund und er war der erste Heilpraktiker. Deswegen Clemens von Böllinghausen-Akademie und ja, ich bin einfach, du hörst es vielleicht ein bisschen raus, sehr stolz da auch Akademieleitung sein zu dürfen, weil ich finde, es ist einfach auch eine Ehre. Für mich ist es wirklich eine Ehre. Und mein Anliegen ist es einfach noch vielen Heilpraktikern oder auch Ärzten, den Weg in die Homöopathie zu ebnen und die Begeisterung rüberzubringen. Also einfach auch nicht in einer zu füllen, sondern eine Fackel zu entzünden. Das ist mein Ziel und auch durch diese schweren Zeiten, die jetzt in Deutschland die Homöopathie gerade hat, die Menschen trotzdem für diese Heilmethode zu begeistern, weil es einfach die allerbeste Gesundheitsprophylaxe ist. Und das finde ich einfach unglaublich. Schöne Worte zum Auftakt. Ich bin schon ganz gerührt und spricht mir auch aus dem Herzen, weil der Podcast ja mit genau dem Ziel damals losgelaufen ist, eben diese Fackel nicht nur zu entzünden, sondern auch eine weitere Plattform zu bieten, wo man sich entfachen kann. Und ich finde es immer wieder schön. Ich kriege natürlich jetzt über die eineinhalb Jahre, die ich das jetzt mache, auch immer wieder E-Mails. Ja, ich habe den Podcast gehört und habe mich deswegen an der Heilpraktikerschule angemeldet. Ah, super. Ich habe sogar eine, die hat mir geschrieben, sie hat ihre Praxistätigkeit wieder aufgenommen. Und das sind einfach schöne Rückmeldungen, die auch, wenn sie vielleicht jetzt nur vereinzelt sind. Aber ich sehe ja, wie viel den Podcast jede Woche runterladen und hoffentlich auch hören. Weil ich glaube, einen Homöopathie-Podcast abonniert man nicht nur so, auch wenn man vielleicht nicht jede Folge hört. Und da bin ich ganz bei dir. Also es ist auch ja ein Projekt, was ja rein aus der Freude entstanden ist und auch aus der Freude ja weiterläuft, solange ich Freude habe. Und das finde ich schön, da mit dir heute sprechen zu dürfen über unsere beiden Lieblingsthemen, offensichtlich. Sehr gut. Dann lass uns überleiten zu den Kindern. Ich finde, Kinder in der Praxis sind ja eins der häufigsten Patienten, zumindest bei mir. Also ich würde sagen, Kinder, vor allem wenn man Kinder zählt bis über die Pubertät hinaus, das ist der größte Teil. Danach kommen Frauen an Patienten, mit denen man zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir hatten in der Schule schon mal überlegt, so eine Art Facharzt zu machen für Homöopathie. Also dass man sich fachmäßig nochmal für Kinder weiterbilden kann. Haben wir aber irgendwie verworfen. Ich bin ja auch nicht Schulleitung, keine Ahnung warum. Das wurde irgendwann wieder eingestampft. Aber wir haben das einfach dann intern intensiviert. Bei mir ist es der große Fokus gewesen auf Geburt, Schwangerschaft, Geburt, Geburtshilfe und Wochenbett. Wo ich sehr spezialisiert geworden bin, glücklicherweise, durch eine Hebamme, mit der ich zusammenarbeiten kann. Und dann, wenn man da natürlich gute Arbeit macht, in Anführungsstichen, dann hat man die Familien, die natürlich daher dann auch mit ihren Kindern kommen. Und jetzt darf ich seit zehn Jahren dann auch schon Kinder aufwachsen sehen, was sehr eine schöne Art ist, mit den Patienten auch zusammen älter zu werden, sozusagen. Marvin, bei mir fahren die ersten Patienten inzwischen mit dem eigenen Auto vor. Das kriegt einen zu denken. Das heißt, selbst du bist alt geworden, Christine. Oh ja. So, finde ich das ein super Thema, was du gewählt hast. Und freue mich aber jetzt von dir zu hören. Warum hast du das Thema heute für uns mitgebracht? Also das Thema ist bei mir auch in der Familie sehr präsent gewesen. Meine Tochter, da ging es gesundheitlich lange Zeit gar nicht gut. Und sie hat ganz große Probleme gehabt in der Schule. Und früher oder später stand dann die, ich sage jetzt mal, Diagnose eines Lehrers im Raum. Das Kind hat wahrscheinlich ADHS. Und ich wusste damals gar nicht, was das ist und habe dann angefangen, mich da sehr stark zu beschäftigen. Und dazu kam, dass meine Tochter noch Symptome hatten, die jetzt eigentlich zu ADHS gar nicht gepasst haben und mir dann auch nach Stuttgart in die Kindermarrologie mussten. Das war für mich sehr prägend, weil ich immer sagen muss, ich habe damals so Angst um ein Kind gehabt, dass ich ganz arg froh war, dass es ja nur ADHS hatte und nichts Schlimmeres. Das war für mich eine unglaubliche Erleichterung und dann natürlich auch ein unglaublicher Antrieb, weil ich sehr schnell auch mit anderen Eltern in Kontakt gekommen bin und von ganz vielen Dingen gehört habe, die mich einfach entsetzt haben. Also von natürlich davon, dass so ein Kind sein Leben lang Medikamente braucht, dass es einen Behindertenausweis bekommt, dass es wahrscheinlich nie einen gescheiten Schulabschluss machen wird. Also da gab es so viel Verwirrendes für mich, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss für mich einen eigenen Weg finden. Und was ich auch sehr schockierend fand, war, dass viele der Ärzte, bei denen wir dann zusammen waren, mich gefragt haben, wem das Kind ähnelt. Und es kamen dann zu Fragen auf, wie führen Sie eigentlich einen Terminplaner? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe zwei Kinder, die gehen in die Schule, die haben ihre Vereine, natürlich, ich habe auch noch ab und zu was vor, natürlich führe einen Terminplaner. Und die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir auch sehr stark zu denken gegeben hat, war, dass mir gesagt wurde, wenn Sie Ihrem Kind kein Ritalin geben, dann sind Sie eine schlechte Mutter. Und ich habe mich dann ganz bewusst dagegen entschieden. Meine Tochter ist ein wunderbarer Mensch, hat einen Lebensweg, der nicht immer gerade ausging, aber das muss ein Kind auch nicht haben, ist sehr erfolgreich beruflich und macht sehr viel von dem, was mir wirklich gefällt. Also sie hat auch sehr viel über sich erfahren und sich in einer Art und Weise weiterentwickelt, auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Wo ich sagen muss, ja, manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass alles einfacher gewesen wäre. Aber es hat halt im Leben alles seinen Preis und besondere Menschen haben besondere Biografien. Und das stelle ich immer wieder auch bei den ADS-Kindern, das sage ich gar nicht so gar nicht. Ich sage einfach immer, das sind besondere Kinder, weil es hat einfach einen anderen, es überträgt eine andere Resonanz, wie wenn ich sage, ja, das Kind ist lernschwach oder aufmerksamkeitsgestört oder ein schwieriges Kind, das ist aggressiv im Verhalten und trotzig. Und ich finde, da ist die Homöopathie einfach eine Heilmethode, die einen wunderbaren Schlüssel findet. Man muss den richtigen Schlüssel finden, das richtige Schloss. Und dann kann sich das Kind entfalten. Und ich mache das gerne so, dass ich mich dabei auch unterstützen lasse von anderen Therapeuten, mit denen ich mich vernetze. Und ein ganz wichtiger Bonus, das sind die Eltern. Und die Eltern müssen einfach auch ermutigt werden, auch den Weg mit dem Kind weiterzugehen und nicht enttäuscht zu sein, wenn das Kind bei einer Familienfeier mal wieder sich auf den Boden wälzt und alle möglichen Dummheiten macht. Das gehört auch zum Kindsein dazu. Und es ist heute leider so, dass die Kinder einer Norm entsprechen sollen. Und ich finde einfach auch über die 20 Jahre, wo ich jetzt meine Praxis habe, dass diese Schublade immer enger wird für die Kinder. Und ein Kind muss nicht funktionieren. Das ist kein großer Erwachsener. Ein Kind darf traurig sein, trotzdem an der Supermarktkasse schreien, ich will aber die Schokolade haben, weil es ist kein Erwachsener. Das muss ich nicht kontrollieren können. Und trotzdem gibt es halt einen Bereich, wo die Eltern auch zu Recht sagen, jetzt brauche ich Unterstützung, damit das Kind sich gut entwickeln kann. Und das kann eben auch die Myopathie sein. Finde ich sehr interessant. Da sind schon zwei Sachen drin, die ich gern mal aufgreifen möchte. Was ich bemerkt habe, wo ich gemerkt habe, dass auch diese Schubladen enger geworden sind, sind einerseits mein Wechsel von Deutschland in die Schweiz, weil hier macht jedes Dorf seine eigenen Schulsystem. Das ist sehr spannend, wenn man denn so wie ich Kinder hat von mehreren Dörfern mit verschiedenen Schulsystemen. Sehr interessant. Wie viel dann nachher von der Schulleitung und den Gemeindepräsidenten, die dafür zuständig sind, oder Gemeinderäte, die dafür zuständig sind nachher, wie viel davon abhängt von denen. Und dass man deswegen halt Schüler hat, die ab der dritten Klasse eigentlich mit Problemen kommen von Gymnasialschülern, weil die unter Schulnotendruck stehen. Wo ich mich immer frage, wie kann man einem Kind in der dritten Klasse irgendeine Art von Druck vermitteln für seine Noten. Das andere ist, dass es hier überhaupt keine Schulaufschlägereien gibt. Das mag vielleicht auch inzwischen mit meinem Alter zu tun haben, aber das war bei uns normal. Und ich war auf einer nicht normalen Berliner Schule. Das war bei uns ein anderes Ding. Und wo mir das so richtig aufgefallen ist, vielleicht ist es auch was, was dir in der Praxis aufgefallen ist, heute laufen dann alle Erwachsenen zu den Seminaren Mein inneres Kind wieder wecken, wo sie dann all die Fähigkeiten, die ihnen ausgeredet, abgetrieben und eben schubladisiert worden sind, die sich dann wieder antrainieren müssen und dann auch wieder in Anführungsstrichen Kinder Dinge machen, um wieder ihr inneres Kind zu spüren, wo ja dann nachher natürlich nicht das Ziel ist, sich dann auf den Boden zu schmeißen im Einkaufsladen. Aber diese Freude und Lebensfreude und Begeisterung wieder zu spüren, das fand ich zwei sehr gute Stichpunkte. Also ich bin jetzt nicht in Berlin groß geworden, sondern eher im ländlichen Bereich. Das ist aber schon ein bisschen mehr. Und ich muss sagen, ich finde, dass unser Schulsystem einfach verändert werden sollte. Und es ist nicht für jedes Kind einfach der Frontalunterricht das Richtige. Und das heißt nicht, dass das Kind falsch ist, sondern dass die Lernkanäle einfach völlig andere sind. Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, das Kind zu ermutigen, dem zu sagen, dass es eben so ist, wie es ist und dass es so richtig ist. Und auch den Eltern Unterstützung zu geben, anzubieten. Und ich habe eine bestimmte Art und Weise, wie ich die erste Anamnese aufnehme. Und das ist zum einen so, dass ich am liebsten erst mal mit der Mutter oder mit den Eltern alleine spreche, weil ich muss ja wissen, wie das Kind sich verhält. Und ich finde es extrem, ja, ungut, wenn das Kind daneben sitzt und hört, was es alles falsch macht. Und die Mutter oder der Vater oder drei Gedanken eben nur einen kleinen Teil erzählen. Und in einem zweiten Termin nehme ich mir nur Zeit für das Kind. Und ich bitte die Eltern, dem Kind zu sagen, es soll ein Schulheft mitbringen. Und zwar von seinem Lieblingsfach, weil ich gerne auch das Schriftbild angucke. Und das Lieblingsfach ist meistens das schönste Heft. Und es gibt ja dann auch in diesem Heft was, wo das Kind besonders gut gemacht hat, wo man das Kind einfach auch gestorben kann, da weiterzumachen oder so weiterzumachen. Meistens ist es übrigens Religion oder Biologie, habe ich festgestellt. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den du da nennst, weil ja auch es einen Haufen Arzneien gibt, Folge von Beleidigung. Ja. Also ich sehe das auch immer wieder, dass ich da mutig auch von unserer Schullinie so ein bisschen abweiche, wo die Kind eigentlich immer dabei ist. Dass ich oft sage, oh danke, ich merke, das ist ein Fall, den würde ich gerne zuerst mit Ihnen allein besprechen. Du bist genau super, so wie du bist, mein Lieber. Ich muss mit deiner Mama die Sachen noch allein besprechen. Und das reicht dann nicht, dass man ihn ins Wartezimmer zurückschickt und er dann da allein sitzt und weiß, jetzt reden sie über mich. Sondern dass man da wie einen separaten Termin macht. Oder dass ich sage, okay, ich habe es verstanden, schicken Sie mir die Sachen per E-Mail. Und wenn ich eine Frage habe, rufe ich an. Also, weil ich gemerkt habe, dass vor allen Dingen eben dann Kinder mit irgendeiner Art von Verhaltensauffälligkeit, da gibt es ja noch viel mehr, oft auch dann auf diese Schimpferei der Eltern dann einfach nur denken, oh Gott, der nächste Erwachsene. Und dann ist das Vertrauensverhältnis mit mir halt direkt schon gestört. Und ich habe, das würde ich jetzt ganz gern kurz erzählen, ich hoffe, das passt bei dir rein. Ich bin immer wieder erstaunt, wie klar Kinder ihr eigenes Verhalten reflektieren können. Und ich denke jetzt gerade, also inzwischen ist das schon ein junger Mann. Das war damals ein neun- oder zehnjähriges Kind. Also die Eltern kamen her, weil das Kind hat andere in der Klasse geschlagen. Und es ist ja dann auch so ein bisschen ein Selbstläufer. Das Kind wird auffällig. Und irgendwann hat die Lehrerin auch ohne, dass das Kind was angestellt hat, schon das Gefühl, der macht jetzt gleich wieder was Dummes. Und dann habe ich zum gesagt, er hat ein Mädchen verhauen. Und dann habe ich zum gesagt, warum hast du denn das Mädchen verhauen? Dann sagt er, naja, die hat von mir Geld wollen dafür, dass sie mich nicht verpetzt bei der Lehrerin. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie er das anders lösen kann, dass er zum Beispiel, also ich habe ihm Vorschläge machen lassen und dann hat er gesagt, er geht dann in einem separaten Raum. Das bespricht er mit der Lehrerin. Das ist ihm auch viel lieber, weil in dem anderen Raum ist es viel ruhiger. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn das Verhalten wirklich über längere Zeit auch einüben kann, was ihm da helfen kann. Und dann hat er gesagt, jedes Mal, wenn ich mich schlecht verhalte, zahle ich meiner Mama 50 Cent. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie wäre das, wenn du das in so eine Spardose reintust und du gibst es nicht der Mama, sondern du spendest es irgendeiner Organisation, Tierheim, irgendjemand, wo du sagst, ja, das möchte ich gar nicht unterstützen. Und wir haben dann einen Vertrag aufgesetzt, beide unterschrieben mit Stempel. Und die Familie kam dann zwei Monate später und er kam rein und sagt zu mir, nur, dass du es weißt, ich habe 50 Cent in der Dose. Ich bin doch nicht dumm und schmeiße mein teures Taschengeld dafür raus. Ja, manche Mittel kriegt man beim Geld, gell? Ja, es gibt schon einfach auch ganz lustige Anekdoten mit dem Thema. Genau. Und das finde ich den Riesenvorteil, den hat natürlich nicht nur die Homöopathie, aber die Homöopathie hat das ja wie als Grundvoraussetzung, die Individualität und die Einzigartigkeit zu suchen beim Patient. Und dazu gehört natürlich auch die Betreuung. Finde ich ein schönes Beispiel für das. Wie benutzt du die individuelle Betreuung bei den Eltern? Also außer das, was du schon gesagt hast, dass du das mit ihnen allein besprichst. Wie bindest du die meistens ein? Die haben ja selber noch mal eine Individualität. Ja, also ich finde, es ist immer schwierig, um anmaßen zu den Eltern zu sagen, eigentlich sollten sie auch in Behandlung gehen. Finde ich auch so, ja. Weil zum einen ist ja die Sorge erst mal dem Kind und da habe ich einen Behandlungsauftrag. Ich stelle eigentlich sehr raune Fragen. Was wünschen sie sich von dem Kind? Was ist ihr Ziel? Wie soll ein Sonntagbomitag bei ihnen aussehen? Wenn sie, also du kennst vielleicht auch diese Wunderfrage, an was würden sie erkennen, wenn sie morgen früh aufwachen, dass alles gut ist. Und ich erarbeite mit den Elternziele, die ich auch fixiere. Also ich bin einfach, ich habe sehr viel Struktur. Das heißt, ich arbeite mit denen noch Pläne, die sie dann einmal pro Woche in dem Punktesystem bewerten. Wie war das Kind? Wie war die Situation? Gab es etwas, was das Kind besonders gut gemacht hat? Gab es etwas, wo Verbesserungen noch möglich sind? Und was hier vielleicht auch noch so reingehört, ich spreche auch gerne mit den Vätern alleine. Weil die Väter haben eine völlig andere Art, um Kind zu beurteilen, wie die Mutter. Sachlicher, mit mehr Abstand. Und dann habe ich auch die Feststellung gemacht, dass die Väter oft denken, sie sind nicht so ganz zuständig. Die Mütter sind zuständig. Und da bestärke ich einfach auch die die Väter, gerade auch mit Jungs, mit denen was alleine zu machen. Und gerade wenn es auch um Jungs geht, das wusste ich ja auch schon beobachtet haben, sagen häufig auch die Väter, der ist eigentlich wie ich. Und dann ist ja die nächste Frage, haben sie es geschafft, ins Leben zu kommen? Haben sie einen Beruf? Ja, 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 ja. Und warum sollte es ihr Kind nicht schaffen? Und ich glaube einfach, dass unsere Kinder auch präsentere Väter brauchen. Väter, die mit den Kindern auch so Dinge machen, wie Fahrrad greifen, flicken und eben handwortliche Sachen machen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Eltern ein Elternträgen brauchen, was Erziehung angeht, weil natürlich auch Regeln, Grenzen, Struktur für diese Kinder ganz besonders wichtig sind, gebe ich ihnen Tipps. Ich leihe ihnen Bücher aus. Ich bin ein Fan von der Familienkonferenz von Thomas Gordon. Kennst du vielleicht? Nein? Das ist so ein bisschen lösungsorientierte Kommunikation. Also die Familie führt eine Konferenz. Und der, der spricht und ein Anliegen hat, der darf alles sagen, ohne unterbrochen zu warten. Es wird natürlich die Konferenz in den zeitlichen Rahmen gepackt. Nachdem wir alte Kinder sind, 20 bis 30 Minuten. Und die Kinder suchen gleichberechtigt mit den Eltern nach einer Lösung. Und ja, damit wird auch die Verantwortung anders verteilt natürlich. Die Eltern hören manchmal auch Dinge, die sie so nicht gehört hätten, weil sie ja auch hören müssen, was die Kinder sagen. Und es entspannt einfach auch die Familiensituation. Und auch bei so non-biokratischen Behandlungen ist es ja nicht so, dass man ein Mittel gibt und dann ist das Kind regelkonform. Sondern es ist immer ein, ja, es ist eine Entwicklung. Das Kind wird älter, es begreift andere Sachen. Aber ein Kind, das eben ein gewisses Temperament hat, das wird eben auch sich lieber bewegen, jetzt in der Ecke sitzen und ein Bild malen. Und das ist ja auch okay. Also ich kann das auch nur bestätigen mit unserem Sohn, wie wichtig es ist, diese Vaterzeit zu haben. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich nur 80 Prozent arbeiten darf und damit auch viel daheim sein kann. Und auch immer schaue, dass ich ganze Tage mit ihm allein verbringe. Genau, da merke ich auch nicht nur daran, wie es ihm geht nach so einem Tag, wie friedlich dann die Zeit oft oder friedlicher die Zeit oft ist, wenn ich nicht da bin, aber auch wie sehr er danach fragt. Und das Interessante ist, jetzt er ist sechs, dass es bisher auch nie so sehr darum ging, was wir zusammen machen. Das war selten etwas Konkretes von sich aus vorgeschlagen, was er machen will, sondern es ging vor allen Dingen darum, dass wir etwas zusammen machen und dass der Rest war eigentlich egal oder aktuell. Das ändert sich sicher noch, bis vom Alter her. Und das schlage ich natürlich dann von Mann zu Mann auch vor. Und das kommt nochmal anders an, wenn ich das wirklich so von Mann zu Mann auch anbringen kann. Gar nicht auf einem therapeutischen Rad, sondern eben wirklich so unter Freunden. Sagen, hey, wie gut ich davon profitiere und das kriege ich dann so irgendwann durch die Blume. Hey, das war ein voll guter Tipp, gell? So, wo man das dann auch hört, dass das nicht nur bei uns so ist, sondern wirklich eine wichtige Sache ist, so auch an alle Männer, vor allen Dingen mit Jungs, wirklich auch Papa-Sohn-Tage und später auch Papa-Sohn-Wochenenden zu machen. Als ich davon erfahren habe, habe ich meinen Papa gebeten, der glücklicherweise noch lebt, gesagt, du, ich hätte gerne Papa-Sohn-Woche. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, also wer seinen Vater noch anwesend hat als Mann, kann ich nur empfehlen. Und auch da wird ihr merken, es geht nicht so sehr darum, was ihr macht, sondern das. Ja, das ist halt so, dass die Kinder heute viel häufiger Kontakt mit Frauen haben. Von daher ist es für die Jungs einfach auch schwierig, das richtige Rollenverständnis zu lernen. Ja. Ich würde gerne da wieder eingreifen, wo ich uns jetzt gerade rausgebracht habe mit dem, du hast ja regelkonform, was mir auch auffällt, ich bin gespannt, was da deine Wahrnehmung zu ist in der Praxis, dass das ja auch wie zwei verschiedene Dinge sind. Also die homöopathische Arzneimittelwirkung bei bestimmten Kindern, zum Beispiel auch bei den Kindern, wo jetzt das Haar fehlt, ADS, die ohne die Hyperaktivität sind, die eher ein bisschen verlangsamt sind. Gibt es ja auch einige Mittel, die bei mir in der Praxis das Kind sogar unangenehmer machen. Also Calcium, Carbonikum beispielsweise, dann plötzlich sich mehr wehrt, mehr ausruft, mehr die Meinung sagt, selbstständiger wird und jetzt noch weniger Lust hat, die Hausaufgaben zu machen als vorher. Vielleicht für eine Phase. So habe ich oft gesehen, dass die Homöopathie Kinder ja nicht nur nicht regelkonformer macht nach einer Arzneimittelgabe, sondern eben manchmal auch für dieses Kind, das sogar wichtig ist, viel weniger regelkonform zu werden. Oder auch andersrum, Kinder, die sehr regelkonform sind von dem Regelbewusstsein her. Gibt ja auch einige sehr perfektionistische Kinder, die dann früh darunter leiden. So habe ich auch bemerkt, dass die Homöopathie, also der überlasse ich das oft selber, was sie jetzt macht. Ich weiß da oft noch gar nicht so sehr am ersten, zweiten Termin, was jetzt passiert. Sondern ich sage ihnen, schauen Sie, die Arzneimittel hat das und das gemacht und den Weg gehen wir jetzt weiter. Weil das ist offensichtlich für das Kind das, was es braucht. Also ich finde es auch noch beeindruckender, wie man sich auf die Homöopathie und deren Wirkung dann auch wie stützen kann, um den Fall auch auf den positiven, Anführungsstichen positiven Wirkung aufzubauen. Also meine Erfahrung ist einfach, dass das vor allem bei den Träumerchen, also bei den ADS-Typen der Fall ist, dass diese Kinder plötzlich umgegeben werden, dass sie Nein sagen. Und da finde ich, ist es ganz wichtig, den Eltern auch zu erklären, wie wichtig das ist, dass ein Kind Widerstand bietet, auch dass es nicht zum Opfer wird. Und dass das im Grunde genommen eine gute Entwicklung ist, ein guter Entwicklungsschritt. Und bei den ADHS-Typen, sage ich jetzt mal, also mit Hyperaktivität, ist halt das, was die Eltern meistens möchten, dass diese Hyperaktivität endlich aufhört. Weil das Kind den ganzen Tag ruhelos von A nach B rennt und dabei einige Sachen einfach immer auch zu Bruch gehen. Und hier einfach auch, dass das Ziel hier bei dem Kind ist, nicht die Hyperaktivität wegzubekommen, sondern dass dieser Bewegungsdrang kanalisiert werden sollte. Und dass es auch darum geht, eben zum Beispiel mal in den Verein zu gehen mit dem Kind, auch wenn das schwierig ist. Dass hier Bewegung einfach auch das Lernen ermöglicht. Und ich denke, hier sagt auch die Birgit Puls was, wie er auch mit dieser Reflexintegration arbeitet und das auch homeopatisch behandelt, finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Dass man auch manchmal bei den Kindern findet, dass die Reflexe einfach nicht völlig ausgereift sind und die dadurch einfach ihren Bewegungsdrang gar nicht richtig kanalisieren können. Und ich finde da, also das ist jetzt nicht nur bei den ADS-Kimmern und ADHS-Kimmern, grundsätzlich finde ich, wenn ich jemanden behandle, dann sollte der wissen, was in meinem Kopf vorgeht. Deswegen versuche ich immer, die Behandlung so transparent wie möglich zu machen. Und dann auch zu sagen, gucken Sie mal, ja, es ist jetzt noch unbequem, aber wir sind hier auf dem richtigen Weg und wir gehen da jetzt weiter. Wir wiederholen das Mittel noch nicht aus dem und dem Gründen, können wir noch abwarten, haben Sie Geduld, ich weiß, es ist nicht immer leicht. Und da ist es halt bei den Kindern so, dass die Eltern das Sprachvor der Kinder sind. Wenn ich die Eltern nicht mit dem Boot habe, dann werden die mit der Behandlung von dem Kind aufhören. Ja, genau. Und deshalb stellst du am Anfang viele dieser Fragen, was die Eltern überhaupt wollen, damit du auch schauen kannst, inwieweit kann ich sie betreuen. Und inwieweit sind wir auch vor dem selben Ziel überhaupt, schon von Anfang an in die Richtung. Ja, weil die Eltern wollen ja nur das Beste für ihr Kind, sonst wären sie ja nicht da. Du hast ja sicherlich einige praktische Beispiele, die dir einfallen oder die du mitgebracht hast, woran man das noch ein bisschen mehr verstehen kann, wie so ein Fall dann ablaufen kann. Also ich handhabe es so, wenn jemand mit Kindern zu mir kommt, dass ich die Unterlagen im besten Fall eine Woche, also sieben Tage vorher bekomme, meistens sind es dann drei. Und ich habe selber Unterlagen, die ich den Patienten zuschicke. Also die füllen mir die Vorerkrankungen in der Familie aus, die trennen nach väterlicher und mütterlicher Seite. Für mich ist ganz wichtig, den Mutterpass zu sehen. Weil einfach heute auch in der Schwangerschaft ganz viel passiert. Ja. Da würde ich dann ganz kurz einen kleinen Fall einflechten. Und einnehmen. Da hat mir dann die Mutter erzählt, dass, wie sie im dritten Schwangerschaftsmonat war, sich ihr Bruder erhängt hat und sie hat ihn gefunden. Und das war ihr Lieblingsgrüger. Und der Junge war unglaublich introvertiert, hat ganz viel auch so depressive Stimmungsschwankungen gehabt. Und im Grunde genommen ist doch jedem klar, dass das kein fröhliches Kind sein kann, weil die Mutter hat getrauert während den letzten zwei Dritteln der Schwangerschaft. Und solche Informationen sind einfach wichtig. Ja. Auch wenn die Mütter Medikamente bekommen. Schilddrüsenhormone. Sowas ist einfach wichtig. Wehenhemmer. Ja. Viele Ultraschalluntersuchungen, das ist zum Beispiel Cicuta, eventuell eine Arznei. Dann ist natürlich auch das U-Heft wichtig. Und die Erkrankungen, die die Kinder im Laufe ihres Lebens hatten, glaube ich, bei jeder anderen Erstanamnese auch. Genau. Ich gucke mir gerne auch die Zwergnisbeurteilungen an, wenn die Kinder schon in der Schule sind. Also bei uns ist das in der ersten, zweiten Klasse, wird es noch. Also ist das zwar ein vorgegebener Text, aber man kann einiges rausholen. Die Waldorfschulen machen das sehr aufwendig. Das ist natürlich viel ergieblicher. Ja. Und ich bereite die Erstanamnese vor und habe dann das Erstanamnesegespräch mit der Mutter. Natürlich sind auch Impfungen wichtig. Wobei ich sagen muss, nach meiner Erfahrung, es ist wirklich nicht so, dass es jedes Mal eine Impfung ist. Das kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass man auch häufig an den Zwergnisbeurteilungen sieht, dass die nach der Impfung die Zwergnisbeurteilungen anders machen. Und zwar nicht besser. Und ja, dann führe ich das erste Anamnesegespräch mit der Mutter und mache einen zweiten Termin aus, wo ich dann auch der Mutter immer den Auftrag gebe, dass sie dem Kind sagt, das muss ich ausziehen, bis auf die Unterhose, wenn ich es untersuche. Und bei dem zweiten Termin spreche ich dann mit dem Kind. Ich frage das Kind, was es, also manche Kinder wissen ja schon sehr genau, was sie auch später mal warten wollen. Ich frage das Kind, was es gerne ist. Versuche Kontakt aufzunehmen. Ich stelle ihn frei, wenn es untersucht werden möchte, ob man das zu Anfang macht oder am Ende der Behandlung. Manche Kinder sind sehr keck, die wollen die Untersuchung ganz so anfangen. Andere Kinder müssen oft mal warm werden, suchen sich dann vielleicht auch noch was zum Spielen raus. Ich habe so eine kleine Spielecke. Und ja, dann entscheide ich mich, welche Arznei wohl die ähnlichste wäre. Also mit was ich anfange, das weißt du natürlich auch. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Manchmal ist es so, dass das Kind sehr wütend ist, weil es vielleicht auch getränkt worden ist in der Schule, weil es viel ausgelacht worden ist, dass man erst mal auch eher eine akute Arznei verordnet. Manchmal ist es auch so, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Mütter Geburtstraumen haben, auch lange Geburten, wo man dann auch, also viele achten ja auf diesen Abgabwert, wie ist der Abgabwert. Aber im Grunde genommen ist der Abgabwert etwas, das der Kinderarzt oder der Arzt einfach festlegt, viel aussagekräftiger als der Nabel-PH-Wert, weil da sieht man, ob das Kind übersäuert ist während der Geburt, ob Sauerstoffmangel hat, ob es eine sehr anstrengende Geburt war. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, sich einen Eindruck von dem Kind zu machen. Also kann das wirklich nicht still sitzen? Mit der Aufmerksamkeit ist das ja immer so eine Sache, gell? Ja, also beim Fensterputzen bin ich wenig aufmerksam, wenn das jetzt aber was ist, was ein homöopathisches Buch zum Beispiel ist, meine Aufmerksamkeit zu 100 Prozent da und das ist auch bei Kindern so. Was macht das Kind auch gerne? Wo kann es denn aufmerksam sein? Weil wenn es da aufmerksam sein kann, dann kann es das ja auch in anderen Situationen sein. Ja, das finde ich einen wichtigen Unterschied zwischen kann nicht und will nicht. Wichtig, wichtig dem Kind natürlich direkt, das auch nicht zu unterstellen. Das habe ich nur öfter. Ja, wenn er wollte, könnte. Und dann sieht man, bei einer tatsächlichen Abklärung gibt es ja auch inzwischen auch sehr gute Abklärungen, wie ich finde. Wir haben in der Schweiz zwei sehr gute Zentren dafür, die ich deswegen auch sehr gut finde, weil sie meistens herausfinden, dass das Kind kein ADS hat. Das macht, wenn so ein ADS-Zentrum herausfindet, dass es meistens nichts ist, das macht irgendwie einen guten Eindruck, finde ich, oder man findet wirklich die heraus und auch dann probieren die das hier in Kur auch meistens ohne Medikamente. Also finde ich einen super Ansatz, den wir hier haben, gefällt mir sehr. Und da sieht man eben auch, dass diese Will-nicht- oder Kann-nicht-Geschichte, das darf man sehr differenziert natürlich anschauen, macht aber nachher für die homöopathische Behandlung und auch für die Betreuung durch die Eltern natürlich einen Riesenunterschied. Ja, das finde ich halt eben auch sehr, sehr wichtig. Also man muss diese Diagnose einfach auch hinterfragen. Im Moment ist es so, dass ich die Beobachtung gemacht habe, ADHS wird nicht mehr so häufig diagnostiziert. Im Moment sind diese Autismus-Spektrum-Studien sehr am Ansteigen. und es ist halt der Klassiker, dass man sagt, ja okay, ein Autist kann keinen Blickkontakt aufnehmen, aber es könnte eben genauso gut sein, dass eine Schwäche der Augenmuskulatur vorliegt und deswegen keinen Blickkontakt halten kann. Also man muss das einfach differenzieren. Und ich denke, immer wenn man auch ein Thema angeht, dann macht man sich auch einen Weg und es ist besser, als wenn man nicht losgegangen wäre. Ja. Und wenn man eben drei, vier Mittel hat, die sich da ähneln und man dann schon weiß, okay, mit Staphysager muss ich ganz anders umgehen als mit Lycopodium, als mit Silicea, als mit Natrium und so weiter. Unabhängig davon, welche Diagnose da vielleicht dann noch später im Raum steht. Ja. Und ich denke, es ist so, also es gibt ja auch so Statistiken, welche Mittel bei der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern besonders häufig benötigt werden. Ich muss wirklich sagen, man kann sich sowas schon mal angucken, aber man sollte sich davon nicht beeinflussen lassen. Ja. Also, ich glaube auch, die besondere Herausforderung bei ADS oder ADHS oder Autismus ist, wie bewirbe ich das Kind? Ja. Bin ich objektiv? Oder ist es einfach so, dass mir das Kind wirklich auf den Keks geht, weil es einfach nicht still sitzen kann und bei mir auch was triggert? Ja. Ich glaube, das ist bei der Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern die ganz große Herausforderung für Leben. Ja. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt mit dir besprechen. Ich habe oft das Gefühl, dass sich eine Sache zwischen Kindern und Erwachsenen auch sehr deutlich unterscheidet, nämlich auch grundsätzlich, dass das Ziel der Behandlung oder der Status, der sich oft einstellt. Also, wenn ich einen Erwachsenen behandle, dann sehe ich das oft, dass, sagen wir mal, ein aktiver Mensch wird ein bisschen ruhiger, so, und ein bequemer Mensch wird ein bisschen aktiver, so. Bei Kindern habe ich aber oft gesehen, da die sich in Entwicklung befinden, haben die oft nicht so ein Zentrum, um das die kreisen. Also, natürlich kann man fragen, ist das Kind zufriedener oder so, aber ich fand es immer schwierig, die Verlaufskontrolle zu machen, vom Gemüt her, wie bei Erwachsenen, weil der Kind ja eben, wie wir das vorhin schon ein bisschen angetönt haben, zum Beispiel lauter geworden ist, wütender geworden ist und so weiter. So muss ich das beim Kind viel mehr von dem auch abhängig machen, wo kommt es her, was habe ich gegeben, ne? Wie machst du das, dass du sagst, okay, jetzt ist das Gemütsthema sozusagen eine Verbesserung vom Mittel und wann ist es übermäßig? Es gibt ja grundsätzlich, ich weiß nicht, ob ihr an der Schule auch mit dem so stark arbeitet, gibt ja auch das Prinzip der Unterdrückung. Ja. Der Hautauschlag ist viel besser geworden, seither ist das Kind aggressiv geworden. Wenn man bei Calcium zum Beispiel gegeben hat und man hat aus irgendwelchen Gründen jetzt den Hautauschlag unterdrückt und jetzt sagt man, ja, super, er wehrt sich mehr. Also, wie machst du die Verlaufskontrolle bei Kindern, dass du sagen kannst, das ist ein Fall, der jetzt gut läuft? Also, die Aufmerksamkeitsstörungen zählen ja auch nicht zu den unzeitlichen Krankheiten. Bei vielen Kindern gibt es keine Gemützsymptome. Das macht es natürlich noch zusätzlich schwieriger. Ich habe schon zu Anfang gesagt, ich arbeite sehr gerne mit Listen. Das heißt, ich versuche die Eltern dahin zu bringen, dass sie das Kind beobachten und in größeren Abständen was aufschreiben über das Kind. Also zum Beispiel die Hausaufgaben. Wenn jetzt Mathe zum Beispiel ein Problem ist, wie schwierig empfinden sie die Mathe-Hausaufgaben? Also immer an die Situation gebunden. Oder auch, wenn das Kind jetzt, manchmal ist ja auch das Thema, dass die Aufmerksamkeit der Kinder so minimal ist, dass sie auch nicht merken, wenn sie jemand anderen anfassen, dass sie dem wehtun. Wie ist so Kontakt zu anderen Kindern? Gerade auch, wenn sie jetzt zum Beispiel Fußball spielen. Wie geht das? Ist das leichter? Was sagt der Trainer? Was ich auch gerne mache, ist, ich rede auch mal gerne mit dem Klassenlehrer. Weil ich finde, auch der Klassenlehrer hat einen völlig anderen Blick auf das Kind. Und ich muss sagen, das funktioniert auch erstaunlicherweise gut. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, die Lehrer brauchen sich da nicht so viel Zeit dafür nehmen. Und dann frage ich natürlich auch das Kind selber. Wie findest du, dass die letzten Wochen waren? War es entspannender für dich? Hast du das Gefühl, kommst du besser zurecht? Ja, ich finde, dass das schon ganz gut geht. Ja, finde ich einen sehr guten Ansatz. Wir haben hier in Chur eine sogenannte Time-Ort-Schule, wo Kinder meistens aus der Sekundarstufe hingehen. Und da durfte ich jetzt schon mehrmals mit den Lehrern dieser Time-Ort-Schulen zusammenarbeiten. Und ich finde das einen unglaublich wertvollen Informations-Hort. Gut, ein richtiger Schatz, ja. Und meistens gibt es ja so Triggersituationen. Also zum Beispiel immer, wenn alle am Tisch sitzen, dann fliegt ein Glas um. Oder die Hausaufgaben. Immer wenn von dem Fach die Hausaufgaben auf sind, dann tickt das Kind aus. Und eine Möglichkeit ist natürlich schon auch, Anregungen zu geben, wie man die Situation ein bisschen entschärfen kann. Ich denke, es ist ein bisschen viel verlangt, wenn man denkt, naja, das homöopathische Mittel wird das schon alles richten. Es geht schon auch darum, das Familiensystem zu verändern. Und natürlich ein Gradmesser sind immer die Noten, gell? Ja. Super, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Ich will jetzt noch ein, zwei Themen überleiten, dass wir die ja nicht vergessen heute. Wenn wir so ein bisschen später gehen, vielleicht noch im Leben, wenn das nachher dann, du Kinder übernimmst mit dir live Vorgeschichten in der Pubertät oder kurz vor der Pubertät, hast du da vielleicht noch ein Fallbeispiel für uns oder wie man sich das da vorstellen kann, wenn es jetzt kein Geburtstrauma ist? Fällt dir da ein Fall ein? Von den Jugendlichen? Mhm. Also, in Jugendlichen, da fällt mir jetzt spontan leider kein Fall ein, aber ich habe, was mir jetzt spontan eingefallen ist, ich habe eine Patientin, die habe ich schon über 15 Jahre in Behandlung, die kam als erwachsene Frau. Ja, sehr gut, super. Und ich muss sagen, das war also wirklich jemand, wo nichts ausgelassen hat. Okay. Und sehr schwierigen sozialen Verhältnissen mit Vergewaltigung. Das erste Kind dann bekommen mit 18 und das Kind war psychisch so auffällig, dass man das dann in den Heim geben musste, weil die Mutter dann nicht fertig geworden ist. Und sie kam dann zu mir in die erste Anamnese und hat gesagt, ja, ich habe ADHS, aber, oder ADS, aber bei ihr war es eher ADHS, aber eigentlich komme ich wegen meinen Menstruationsbeschwerden. Und das ist ja das Schöne an der Homöopathie, dass man nicht nur das eine behandelt, sondern das Gesamte. Und ich muss sagen, in diesen fast 15 Jahren, wo die Patientin jetzt kommt, hat ihr Leben so umgekrempelt, also von dem wirklich ihre Kinder, also die beiden, die sie dann später auch noch bekommen hat, sind völlig normal. Sie hat ihre Ehe gut im Griff. Ihr Mann war auch zu streckenweise sehr, sehr krank. Sie hat das alles gehandelt. Sie hat wirklich unheimlich viele Berge abgeschliffen, sage ich jetzt mal. Und kam in die Behandlung mit Ritalin und mit Antidepressiva. Muss keine Medikamente mehr nehmen. Hat noch ein bisschen Heuschnupfen im Sommer. Schön. Und ich muss wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor der Patientin, was die in diesen 15 Jahren geschafft hat. Also wie die ihr Leben geordnet hat. Die haben eine ordentliche Wohnung, das beide verdienen. Es ist ein Familienleben entstanden. Und wenn ich daran denke, wie die Patientin bei der ersten Analyse bei mir gesessen ist, ich war wirklich sehr erschüttert, dass ein Mensch so viele furchtbare Dinge in seinem Leben erleben kann. Und auch da muss ich wieder sagen, ja, was war denn zuerst da? Da gibt es immer auch eine miasmatische Belastung. Und trotzdem ist es eben so, dass das Leben auch Narben und Spuren hinterlässt. Was war zuerst da? Was war zuerst da? Wie bindest du denn die Miasmen in deine Arbeit mit diesen besonderen Kindern ein? Wir haben ja von deinen beiden Kollegen das schon gehört, wie ihr da arbeitet, wie die Anamnese ist. So müssen wir nicht alles besprechen. Ich muss nicht bei A anfangen. Aber wie würdest du sagen, welchen Wert oder wie wichtig sind bei der Behandlung von Kindern mit so Beschwerden diese miasmatische Analyse? Also für mich ist es wichtig, die Primärmiasmatik immer anzugucken. Weil nach meiner Erfahrung ist es so, wenn in so einer Familie, ich sage mal, sehr temperamentvolle Menschen sind, dann zeigt das einfach auch eine gewisse miasmatische Tendenz, sage ich jetzt mal. Für mich ist das miasmentypische Symptom wichtig. Das nehme ich immer an die Repertorisation mit auf. Und nach meiner Erfahrung ist es so, natürlich gibt es auch ein Kind, das eine Aufmerksamkeitsstörung hat, das, ich sage jetzt mal, eine syphilitische Belastung hat oder eine sypotische Belastung. Aber nach meiner Erfahrung sind es eher verkomplizierte Miasmen. Also eher Tuberkulin, Kanzerin, eventuell noch mit einer Vakzinose oder einer iatrogenen Krankheit drauf, also einer Arzneikrankheit drauf. Und das berücksichtige ich immer in der Repertorisation mit. Und so wie das, ich glaube, das müsste der Ralf erzählt haben, dass man, wenn man die ersten Analyse aufnimmt, eigentlich schon ein Schema hat, in welche Richtung läuft die Behandlung auch die nächsten Male. Genau, ja. Und wenn ich die erste Analyse aufnehme, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so machst, und ich höre ein Symptom, wo man sofort denkt, oh mein Gott, das kann nur Mikopolium sein oder das kann nur Opium sein oder das kann nur Tarantula sein, dann schreibe ich mir das am Rand immer mit auf. Und wenn ich dann die Follow-ups habe, dann gucke ich immer noch mal, was habe ich mir da noch vermutet? Was könnte da noch vielleicht auch als Zwischengabe wichtig sein? Zum Beispiel gerade, wenn auch so ein Kind eine starke Medikamentenbelastung der Mutter in der Schwangerschaft erleben müsste, wenn die zum Beispiel auch an die Wehen nicht mehr angeschlossen sind, dass die eventuell mal als Zwischengabelparosystem brauchen oder bei viel Ultraschall sie gut haben. Oder auch, wenn die Mutter viel Kaffee getrunken hat, dass man solche Zwischenkause einfach auch mit berücksichtigt. Super, vielen Dank. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Hast du noch ein Thema auf dem Herzen, was wir am Ende auf jeden Fall noch, bevor wir schließen, besprechen dürfen miteinander? Oder einen Fall, den du noch berichten möchtest? Einen Fall, den ich noch berichten möchte? Ich würde gerne etwas Generelles sagen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Zuhörer dabei sind, die solche Kinder kennen oder auch Erwachsene kennen. Und was mir damals, ich habe ja zu Anfang gesagt, dass ich da auch meine Geschichte habe, dass ich zu dem Thema gekommen bin. Und was mir immer unheimlich Mut gemacht hat, das war, dass in vielen Büchern drin stand, dass besonders kreative Köpfe heute wahrscheinlich Ritalien bekommen wurden. Also zum Beispiel, dass Winston Churchill von seiner Grundschullehrerin die Erlaubnis hatte, immer wieder um das Schulgebäude zu rennen, weil er nur dann still sitzen konnte. Und heute kennt jeder oder fast jeder noch Winston Churchill. Oder dass solche Genies wie Mozart wahrscheinlich nie so viel Klavier gelernt hätten, hätten machen wollen, dass diese Diagnose ADHS, ADS, dass das Schlimmste an dieser Diagnose ist, dass man ein bestimmtes Bild von den Kindern hat. Aber jedes Kind ist einzigartig und jedes Kind hat Talente. Und die ganz große Herausforderung bei der homöopathischen Behandlung ist, diese Talente zu erkennen und zu fordern. Es geht nicht darum, ein Kind bequem zu machen. Es geht um Entfaltung und das ist mit einer homöopathischen Behandlung gut möglich. Und es ist aber genauso gut möglich, dass man andere Therapeuten mit ins Boot holen muss. Also zum Beispiel eine Bewegungstherapie, eine Kraniosakrale, eine Hörtherapie. Vielleicht ist auch eine Winkelfehlsichtigkeit mal das Thema. Also einfach eine Augenopragung. Dass man sich da nicht scheuen soll, einfach mal auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, wie er Samuel Hahnemann schon gesagt hat. Auch die Sabere, wage es weise zu sein, stellt er manchmal auch Fragen, die sich andere nicht trauen zu stellen. Und als Ziel wirklich den Fokus darauf zu haben, dass die Entwicklung des Kindes dadurch unterstützt wird. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen in der Arbeit. Vielen Dank, schön zusammengefasst. Und ein kleines weiteres über den Tellerrand hinausschauen haben wir beide auch schon gemacht, neben unserer homöopathischen Schwerpunktarbeit, nämlich die systemische Arbeit, die ja schon meine Homöopathin damals mit mir vor 30 Jahren, als ich angefangen habe als ganz kleiner Patient bei ihr, sie die systemische Arbeit mit einfließen hat lassen, immer in ihre Arbeit. Und ich habe auch schon einen Herrn interviewt, den du ja vielleicht auch kennst, den Marco Riefer, der sehr intensiv mit Homöopathie und den Systemik auch wirklich das zusammenarbeitet. Das mache ich noch nicht. Aber mir hat in der Praxis auch sehr stark geholfen, die systemische Psychologie zu kennen und damit auch so bestimmte Mechanismen wieder beobachten zu können, weil ich finde diese Therapieforma 3, die viel gemeinsam, ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, aber sie beruht auch viel auf Beobachten und zu sehen, wie sich bestimmte Dinge auswirken und wenn ich was ändere, wie sich dann andere Dinge anders auswirken. Und ich finde, die Haltung dieser Psychologie-Richtung hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Homöopathen. Also was ich an der Systemik besonders schätze, ist, dass ich das mit Kindern sehr gut machen kann. Ich mache das sehr gerne, also in der Situation schicke ich die Eltern immer sehr gerne raus. Und da hätte ich jetzt auch ein kleines Beispiel. Schön. Ich habe einen kleinen Jungen gehabt und die Eltern waren da. Der Vater war ein sehr kräftiger Mensch, also Brust, breite Schultern, Muskeln und die Frau war so elfengleich. Und das Kind, der Vater hat gesagt, der Junge, der läuft durch das Haus, der ist wie mein Vater. Der stremmt die Arme in die Hüften und dann läuft er durch das Haus wie ein Gorken. Und das Problem war, dass der Junge die Mutter rumkommandiert hat, also im Raum der Eltern. Dann habe ich eine Aufstellung gemacht, nur mit dem Kind. Also auf der einen Seite die Mutter, auf der anderen Seite der Vater und er hat sich in die Mitte gestellt. Und jetzt sage ich, warum stellst du dich da in die Mitte? Und dann sagt er, ja, weißt du, wenn mein Papa nicht da ist, dann ist meine Mama so traurig, dann weint er. Und dann zeige ich ihr, dass ich genauso stark bin wie ihr Papa. Und ich habe dann die Eltern reingebeten, habe das Kind gefragt, ob ich das erzählen darf. Und das nimmt einfach unheimlich viel Dampf raus aus der Situation. Der ganz große Gewinn an das System ist, wenn ich das System erkenne, dann kann ich es genauso weitermachen wie vorher. Aber ich weiß es nicht. Das ist der ganz große Gewinn. Und da ist das Heilsame wirklich eine Beobachtung. Schön, schönes Beispiel. Hey, vielen Dank, Christian. Ich habe es sehr genossen. Wenn ich noch keine Ausbildung hätte, wäre die auf jeden Fall eine Anlaufstelle, wo ich mal geklopft hätte, wobei Wolfsburg weit weg gewesen wäre von aus der Schweiz. Nein, kein Problem. Wir sind inzwischen auch in Aalen. Das stimmt. Das ist keine Ausrede mehr. Nein, ich habe es sehr genossen. Ich finde, ihr macht einen tollen Eindruck von der Homöopathie, wie ihr das macht und so weiter. Das gefällt mir sehr. und denke auch, dass das bei den Zuschauern sehr gut angekommen ist, wenn ich sehe, wie viel das im Nachhinein noch geschaut und geteilt wird. Und so denke ich, das ist schön. Man merkt wirklich, dass ihr vom Herzen redet, aber nicht nur, sondern auch wisst, wovon ihr denn da redet. Ich finde, das ist schön. Und auch für mich war es heute eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Das beruht echt auf Gegenseinigkeit, Marvin. Wir haben als einzige Kommentare keine Fragen, sondern nur, dass sie es sehr interessant fanden in unserem Gespräch. Also auch schön, wir haben offensichtlich keine Fragen offen gelassen. Trotzdem überlasse ich dir das Abschlusswort. Vielleicht auch nochmal den Link zu machen zur Schule. und dann verabschiede ich uns. Da gehören die goldenen Worte dir. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie auf unsere Website gehen würden, www.cvb-akademie und sich einfach mal umschauen können. Sie können auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Sie können mich telefonisch erreichen. Sie finden auf der Website auch meine Nummern unterliegt. Wenn Sie irgendwelche Fragen hören zur Ausbildung oder auch zu anstehenden Fachfachbildungen, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Und es wird im April eine Fachfachbildung geben zu neurologischen Themen. Vielleicht hat der eine oder andere auch Interesse daran, daran teilzunehmen. Das wird eine Online-Fachfachbildung sein. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ich Sie nicht nur an den Fragen erkennen kann unten im Chat, sondern wenn ich Sie auch mal persönlich sehen würde. Super. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für dein tolles Engagement für die Homöopathie. Weil es braucht auch genauso Leute, die sich dann eben auch das zutrauen, eine Schulleitung zu übernehmen und das über Jahre dann voranzutreiben und eben auch plötzlich dann umzustellen, wie wir im Vorgespräch mehrmals besprochen haben, wo man dann plötzlich eine ganze Tonhalle mieten muss, um einigermaßen die schriftlichen Prüfungen noch machen zu dürfen. Das ist aus meiner Sicht, das hast du erzählt, vielleicht nicht so gedankt worden, wie man das Gefühl hätte, aber doch natürlich am Schluss sehr geschätzt, dass es so Leute gibt, die das auf sich nehmen, für die Homöopathie, für diese Fackel weiterzutragen und damit auch den nächsten Generationen nicht nur eine homöopathische Ausbildung, sondern natürlich auch dann homöopathische Heilpraktiker und Ärzte zur Verfügung zu stellen, die eine fundierte Ausbildung haben. Dafür danke ich dir sehr und hoffe, dass du es noch viele Jahre mit Freude und Ehrgefühl weitermachen kannst. Danke schön. Ich verabschiede mich auch von allen Zuhörern und Zuschauern. die das verfolgt haben. Es waren doch einige, wenn mein Facebook mich nicht trügt. Schön, dass so viele zugeschaut haben und auch die es im Nachgang hören. Hoffe ich, haben das genauso genossen und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Kommt gut durch die Zeit, die vor uns liegt und bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du ihn persönlich weiter empfiehlst und so anderen ermöglichst, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder einen Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via Paypal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020